Hallo, ja, ich habe wieder einen Einkauf. Ich war im Nanonana, da habe ich einige Sachen gefunden. Und zwar... Diese tolle Cupcake-Spar-Dose. Dann ein Körbchen für meine Fimo-Sachen. Und dann hier noch mal ein bisschen was für die Schminke, so ein Kästchen, wo man hier aufziehen kann. Ja, das war ein kleiner Einkauf, aber wieder mehr in der Sammlung. Tschöne! Tschöne! Vielen Dank.